jo leute hier ist der akbar und heute habt ihr die möglichkeit meine save game down zu lauten und selber zu benutzen wenn ihr dies tut sind zwei save game daten im ordner und ihr müsst beide auf dem usb stick und dann beide auf der ps3 kopieren aber nur die zweite save game benutzen und nicht die obere und für weitere charaktere ich habe alle charaktere freigespielt findet ihr unten in der description wieder das war es eigentlich auch schon ich hoffe ihr habt spaß damit und ich würde sagen haut da rein und vielleicht noch abonnieren wenn ihr mehr davon sehen wollt